und da sind wir wieder leute zu survival überleben nacht mit einer neuen folge plans bis zum witz nur für euch survival night das heißt also dingens können da vielleicht schon mitmachen aber nachts sind natürlich die sunschroos schon besser jeden fall die hier wird die hier auf jeden fall die hier auf jeden fall die hier auf jeden los überlegen die hier auf jeden fall die hier gucken wir mal was wir machen können ach da sind auch kraft steine wo soll ich das wissen moment ich habe etwas weg tun gott woher wusste ich denn das jetzt das wusste ich gar nicht super ich werde jetzt geht es auch gleich wieder voll los mit party jetzt brauche ich pilze jede menge ohne die geht nix so da haben wir jetzt noch ein bisschen zeit bis der fiff wieder ankommt feuer schießt so ich ersetze dann auch gleich durch die 25er schuss weil die sind voll cool die macht schön ihren chef müssen aufpassen dass ich zu nahe kommt sonst haben sie nämlich schiss deswegen die auch bald ersetzen mal gucken ja da oben kommt schon zu einer da kommt gibt es mir noch eine sonne wäre das net so das sollte helfen auf komm schon nein du zeigst keine schiss jetzt du machst das jetzt und sogar schokolade hat er gedroppt dann müssen wir mal gucken wie war das zu machen ich würde dann nämlich gerne noch eine reihe machen so als armer pilzer jetzt können wir eigentlich noch mal ein bisschen auf die hier gehen weil das hier kennt ihr wahrscheinlich dass dieser gloom schul ich weiß nicht was auf deutsch heißt ich glaube stinkepilz heißt er bin mir nicht sicher aber die kann man halt da weiterentwickeln quasi ist auch nicht durch die auch mal ersetzen und ja was gibt es zu erzählen heute ist stag müsste dienstag sein wo ich das jetzt aufnehmen ja oder das video hochlader besser gesagt ja ich hatte einen guten start in die woche muss ich sagen dann würde ich dann einfach mal mehr von denen machen weil die sind die sind schon ultra stark die durchbrechen nämlich auch diese gitter von den plötzen so ganz okay einfach mal mehr machen wo jetzt kommt eine welle mal gucken auf jeden fall hier ich kann mal zeigen was die machen diese stinke pilze kommen nämlich jetzt da glaube ich raus und dann macht dieses ding einfach und 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 alle richtungen einfach der wahnsinn wie es abgeht ja das würde ich dann einfach hier aufstellen weil dann kann es nämlich einfach gar nichts machen lol das wird eigentlich ganz gut aussehen da kommt geht da geh ab geh weg hau ab du scheiße ich glaube das frisst da per neil so okay survival night eine flagge haben wir schon geschafft jetzt kommen die hier oh fuck gut jetzt wissen wir bescheid wir brauchen die hier wieder wir brauchen die auf jeden fall wir brauchen vielleicht auch wieder die hier und wir brauchen auf jeden fall wieder die hier machen wir stimmt wieder die hier wir brauchen wieder die hier ich denke aber ich werde das auch mit diplomatoren und mg erbsen noch verstärken gibt es zu meckern nö also weiter ready set plant dann entfernen wir mal jetzt die grabsteine so nacheinander so boah irgendwie hat das gerade geleckt ich glaube nicht kollege du kommst nicht zu meiner pflanze fick dich wenn du das jetzt machst bist du ein verdammter assi mach ich doch auch so mal gucken je nachdem wie viel platz wir haben halt alter die sind voll nah muss dagegen mal was unternehmen ey das sind viel zu viele piss dich dafür gibt es sogar eine goldmünze so nett sind die da eigentlich könnte ich die eigentlich auch ersetzen durch die hier ganz ehrlich die sind aber schon voll nah an meine pflanzen immer alter ich weiß das nicht ganz und meine pflanzen sind dann halt stark geschwächt wegen den pennern da ist halt nicht alter ist er sich da durchgenagt ja ist der wichser halt scheiße das kann was werden ey los ab ey scheiße boah alter wenn ich diesen in der mitte nicht hätte ey der geht nämlich übers ab der macht nämlich alle fertig oh scheiße das ist ein grapstein na komm gefällt mir alles noch nicht so jetzt kann oh alter die hier wieder die hier wieder ich glaube wir brauchen auch einen unheilspilz ey wenn das nicht so weiter geht schutz feuer den hier gott boah ohne witz das ist übelst scheiße jetzt hab ich was vergessen jetzt hab ich ne menge vergessen jetzt hab ich sogar die duplinatoren oh boah das war jetzt dumm shit das darf nicht wahr sein ey ich glaub das krieg ich nicht hin ich glaub das krieg ich nicht hin ich kann jetzt nichts anderes machen außer die schützen ich kann jetzt nichts anderes machen außer die schützen boah alter 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 fick dich lass mal ne pflanze ey aber die kriegen hier schon ordentlich damage in der zone zack 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 würde ich mal sagen alter geh weg lass mich dort hin an die pflanze setzen boah ohne witz alter 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 das ist mir echt viel zu krass finde ich noch boah es kommt nicht ehrlich ne welle oder ist es dein real shit ernst boah alter geht weg shit ey okay sollte erstmal genügen genau michael jacksley äh dancing zu mir einfach puh die brauche ich wieder die brauche ich wieder ich brauche wieder den untergangs ich glaube ich nehme auch den ice room zu verteidigen ich brauche die hier auf jeden fall ich brauche die auf jeden fall die auf jeden fall und noch irgendwas die schutzdingens vorher brauche ich glaube ich nicht oder naja doch schon eigentlich aber jetzt ist eh spät zu spät wie viele waren das nochmal drei flammen oder fünf drei sicher weiß mir jetzt aber auch nicht so wir werden jetzt erstmal eingefroren dass wir nichts machen können so ordentlich aufs maul nochmal ein giftenpilz aber die können ja nur eigentlich in dem bereich wo sie ganz nah dran sind noch mal schutz für die pflanzen mehr kann ich jetzt eigentlich nichts machen oder was ich machen könnte wäre jetzt die noch setzen vielleicht war meine Taktik auch so ein bisschen doof was ich da gemacht habe aber ich meine das kann schon passieren groß wasser dann habe ich noch die hier oh shit pflanzen geht es ganz schön also meine zwei pilzen hier geht es gar nicht so gut oh gott ey ich muss ein bisschen defenden hier gerade aber das kriegen wir schnell weiter also weg ey pfff pff 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 schaden wenn ich es noch schütze irgendwie so jetzt ist noch geschützt das geht eigentlich voll ab jetzt gleich achtung scheiße 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 untergang na super 85 lang oder was ich muss sie noch so ein bisschen umwandeln zu gettland peace aber da keine chance ich glaube ich muss die noch machen ich muss mich auf jeden fall irgendwie verteidigen geht mir ganz schön ab jetzt ist ja noch gar nichts trotzdem das ist das ist im moment einfach nur 3 aber diese stinkmorscheln da machen schon einen guten job muss ich sagen noch ein bisschen mehr gettland ich da jetzt noch finden da wo sie halt naja ich versuche gerade zu improvisieren noch klappt das ja ganz gut jetzt immer schön defensiv bleiben alter das geht richtig schon zur sache alter wir haben ja gerade ein bisschen viele heiß zu sein alter wie ist der da durchgekommen so alles noch okay hier kann ich mal ein bisschen aufpassen die musüle alter scheiße alter alter ich muss irgendwie ein bisschen alter finale welle das ist die letzte alter alter weg mich geht da ab geht mir viel zu viel ab alter improvisieren ich sollte irgendwas tun improvisieren okay 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 alter okay das hätten wir geschafft vielen dank fürs zuschauen das war ja noch immer schön abwehr und bobo und atomexplosion und so dann funktioniert das immer ich bedanke mich fürs zu sehen und wir sehen uns dann beim nächsten überleben was ist das nächste ruf das sieht anscheinend irgendwie nach noch mehr aus oder so naja bis zum nächsten mal ciao